Hallo, ich bin der Lernder. Ich spiele hier bei der Männlichen B-Jugend der HSG Rottgau Niederroden Handball. Ich spiele auf der Rückraumposition links und wir haben heute hier intensives Trainingslager. Die Besonderheit ist, dass heute auch noch die Handwerkskammer anwesend ist und uns Möglichkeiten im Berufsfeld des Handwerks vorstellt. Das ist ganz toll für die Jungs hier, weil viele jetzt an dem Punkt angekommen sind, die Schule geht zu Ende, was mache ich danach? Ausbildung oder doch ins Studium? Und so sehen wir, welche Möglichkeiten man als Handwerker hat und wie toll das Leben eigentlich als Handwerker sein kann. Aber jetzt muss ich schon wieder los zum Training, also ciao!